Rosen-Baby-Boom 2017, 5 Ex-Bachelor-Girls immer mag Glück Baby-Boom bei den Ex-Bachelor-Kandidatinnen. 2017 scheint das Jahr der schwangeren Ex-Rosen-Ladies zu sein. Die haben zwar nicht in der RTL-Kuppel für ihre Liebe gefunden, sind aber abseits der TV-Kameras glücklich geworden und legen mit dem Nachwuchs los, noch in anderen Umständen befinden sich Sarah Nowak, 26, Samantha Abdul, 27, und Ensi Elna Senza, 24. Ihr Kind bereits in die Arme schließen können die Mamas Melanie Müller, 29, und Bernadette Caspar. Omiflas zeigt euch die Geschichten hinter dem Baby-Glück. Untertitelung des ZDF, 2020